Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute hat mir die Christel aus Ingolstadt geschrieben und die Christel schreibt mir, ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe in den Nachrichten gesehen, Corona sei gar keine Krankheit, sondern eine Biowaffe von anderen Regierungen. Wisst ihr davon? Ja, liebe Christel, da kann ich dir tatsächlich aus persönlicher Betroffenheit in meiner Heimatregion weiterhelfen. Denn was du da gesehen hast, ist eine Fake News, die derzeit Raum gewinnt im Internet, die viral verbreitet wird und die produziert worden ist von Klagemauer TV. Dieses Klagemauer TV wird produziert unter anderem bei uns in Bayern, bei mir zu Hause in Märtingen. Dort haben sie in einer alten Industriebrache eine Art Fernsehstudio angemietet und produzieren dort nach außen hin professionell wirkende Nachrichten, die allerdings inhaltlich außerhalb jeder Diskussion stehen. Da wird der Holocaust geleugnet, da wird an der Kriegsschuldfrage gedreht, da wird dazu aufgerufen, Listen über Politiker und Journalisten zu führen, die sie in Freunde und Feinde einteilen, die sie unterscheiden nach Rassenzugehörigkeit. Und das Ganze hängt an einem Schweizer Guru, an Ivo Sassek, der allerhand grude Thesen schon weit vor Corona immer und immer wieder in die Welt gesetzt hat. Jetzt genießen diese Verschwörungstheoretiker in Seiten von Corona wieder Hochkonjunktur und bringen ihre inhaltlich falschen Fake News-Nachkräften in Umlauf. Wir haben als Freie Wähler Gott sei Dank schon vor Corona nachgesteuert. Wir haben einen Antrag gestellt zu überprüfen seitens des Innenministeriums, wie diese Umtriebe der organischen Christusbewegung, so heißt die Niederlassung in Märtingen, im Zusammenhang steht mit Ivo Sassek, mit diesem Schweizer Guru, haben das Innenministerium aufgefordert, uns Bericht zu erstatten. Und so wie es jetzt aussieht, werden wir diese Gruppe in Zukunft auch mit dem Verfassungsschutz unter Beobachtung nehmen, werden wir uns ein klares Bild machen und werden wir vor allen Dingen auch unterbinden, was da an Unsinn, was da an Fake News, an Fehlinformationen unter die Bevölkerung gebracht wird. Zwischenzeitlich, und ich kann es berichten, weil ich da als Zeuge schon angefragt worden bin, ermittelt auch die Generalstaatsanwaltschaft hinsichtlich des Umtreibens dieser OCG bei uns in Bayern. Deshalb, liebe Christel, und weil derlei Fake News insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen von Corona besonders gefährlich, brandgefährlich, ja lebensgefährlich sind, seid ihr sicher, das sind Fake News, seid ihr sicher, da stehen Menschen im Hintergrund, die es nicht gut meinen mit unserer gemeinsamen Heimat, mit unserer Demokratie, Menschen, denen es nicht um den bestmöglichen Kampf gegen Corona und den bestmöglichen Schutz der Menschen in Bayern geht, sondern darum, auf diesem Wege als Tripbrettfahrer von Corona ihren Unsinn, ihre Fake News in Umlauf zu bringen. Also mit gesundem Menschenverstand mitdenken, nicht alles glauben, was in irgendwelchen Blasen durchs Internet schwört und vor allen Dingen vorsichtig sein bei Klagemauer TV, bei der organischen Christusbewegung, bei dieser Bewegung, die in Bayern jetzt schon auf dem Radar des Innenministeriums ist, auf Betreiben von uns freien Wählern hin. Die haben auch schon vor Corona Unsinn unter die Menschen gebracht und wir sollten uns in der aktuell angespannten Situation alle an der eigenen Nase packen und nicht dazu beitragen, ihnen bei diesen Fake News auch noch weiterzuhelfen. Wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren. Ich kümmere mich darum und dann geht es vielleicht nächste Woche schon um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian.